Casady Ja Kommst du nicht mal Ich wollte mit dir ins Weltall flattern Geht aber gar nicht Doch mit deiner Rakete Und viele schöne Stunden zu zweit mit dir verbringen Nicht mein Problem Ach Casady Ne ich wollte eigentlich die Space Station mit dir bauen Die was? Die Space Station aber du willst ja nicht Die Space Station was ist das? Eine Station im Weltall Ach wirklich? Schon klar aber für was? Damit wir dort oben leben können Nö jetzt ist zu spät Ja mach ich auch Die baut sich auch allgemein von alleine Aber stopp mal Wo ist unsere Dolly? Wer hat unsere Dolly im Inventar? Ich habe keine Ahnung von was du sprichst Ich habe jetzt die von Melvin hier Unsere Dolly ist einfach weg Und hier sind schon wieder drei leere Sauerstoff Tanks drin Ernsthaft? Jetzt nicht ich Ich verfluche dich irgendwann Ne aber jetzt mal ernsthaft Irgendwer hat unsere Dolly im Inventar Und das fuckt mich grad tierisch ab Ja was für Dolly Na man Warte Kommst du mal eins hoch? Warte Das hier ist eins Dolly damit kannst du das machen Und das ist die von euch Ne das habe ich nicht Das ist die von euch Und wir hatten auch noch eine Weil man die ja craften musste Ja Das Problem ist unseres weg Und wenn die in Kingkisten ist Und Cassidy nicht hat Hat die Sissy im Inventar Weil so hätte ich jetzt locker 2 Barrels of Emma transportieren können Das ist ein Ich könnte kotzen Holz und 5 3 für doch 5 Eisen kosten Die crafte ich mir jetzt einfach nochmal 3 Haben ja genug Eisen Dank Cassidy Aber es ist trotzdem scheiße Was soll ich dazu noch sorgen? Soll ich den Kompressor von hier einfach nach da drüben verfrachten? Ja kannst du machen Ich mach dir da drüben einen kleinen Platz Dass wir das an Stromnetz anschließen können Warte mal der brauchte nur Kohle Okay Warte mal braucht der jetzt Kohle Oder Warte mal haben wir überhaupt Der Kompressor Oben Habt ihr Kobalt oben hier? Nein habt ihr nicht Eike hat zu wenig Platz Ich hab über dem Kompressor Platz gemacht Da kannst du es dann hinverfrachten Wieso Kobalt? Was willst du mit Kobalt? CO Damit wir das einlagern können Ähm Wegen unten Den Kompressor Machen wir echt keine Nein CR CO Das ist Das ist Was ist denn das? CH oder CL oder so? CL Ich bin schon dabei Platz zu schaffen Ich hab ja eure Dollys hier Lass es erstmal unten drinnen Ich muss hier selber erstmal ganz kurz Klarkommen Weil jetzt wird nämlich alles eingelagert Was da unten drin ist 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 Jetzt bewegen sich auch wieder alle Rädchen von dem G-Kompressor Ja Hast du das jetzt irgendwo hingeschmissen in der Barrel? Ne Ich glaub wir haben das drüben noch irgendwie massenhaft Deswegen Hab ich es einfach in die Trashcane gemacht Achso Kobalt bekommst du glaub ich von Äh Wenn du Diamanten Äh Zus Marken umtauscht Also halt äh Emeralds Und das bekommst du halt dann Äh Warte mal CO Scheiße C CO hast du gesagt Ja Äh Ähm Hier geht schon wieder nichts weiter M- Manganese MN Haben wir das hier irgendwo? MN? MN? Ne das habt ihr bestimmt nicht Ihr habt so vieles nicht Ja Ich mach da eine weitere Reihe Barrels fertig für Ja Das Zeug Praktisch Oder wir ladern das ganze Zeug halt in einen extra Raum ein Naja Ist aber auch hochstehenlos weil das halt das Lager ist wo man direkt so Zugriff hat Ja Ja aber wir könnten halt äh Ähm Noch ein Weiteres Ähm Mit den Dekompressoren halt noch Ein mit dem Fahrstuhl eins weiter runter machen dann könnte das Warte ja was das rauschen kam gerade von dir ich habe ich gerade gar nichts von mir gegeben aber es kam so hattest du gerade irgendwas angeguckt nein eigentlich war ich gerade sehr still deshalb finde ich das jetzt seltsam ich verstehe nicht warum das nur hier drin ja also wenn nicht dann können wir ja noch so ich habe hier schon eine neue reihe gemacht wo tschuldigung ich brauchte kurz platz ja aber das ist doch nicht so obsidian kommt da rein besonders dieses ganze diese ganzen verbindungen hier die könnte eigentlich weg also das könnte einem einfach eigentlich dekompressen wenn ich mal ehrlich sein darf nein ich ja aber das könnt ihr per also jetzt mal ehrlich ne lass es so wie es ist irgendeiner hat diese stone bricks lampen eingesammelt ich hatte vier stück ne habe ich nicht damit hatte ich nämlich bei dir drüben zugebaut hier sind sie doch hä wieso sind die hier unten hä hä wieso ist hier zweimal stahl das ist doch sinnlos nein oh my god ah man lass das doch mal draußen mal rein na ja man machen ja ey ernsthaft jetzt so dann bei eins Lampe 2. Jetzt haben wir erstmal wieder Licht. Stahl ist dort. Was ist das hier? Tin. Ne, das ist auch falsch. Tin ist hier oben. Silver, Lead, Tin. Kommt dort hin. Och, jetzt ist wieder Wasserstoff hier. Ich bin dann fürs Heus heute erstmal weg. Alles klar. Okay, bye bye. Tschüss. Tschüss. AG und Neodymsbums. Haben wir das hier irgendwo? Neodymsbums? Nö. Da hin. Die Lerndinger kann man ja leicht craften. Die kommt dort rein. Sulfat. Scheiße, das habe ich gelöscht. Egal. Ja. Was hier? Ja, ich bin auch nur ein Mann. Ich kann und so. Äh, stopp. Das machen wir anders. Irgendwas zieht hier schon wieder nicht raus. Oh, doch. Das haben wir doch. Ne, das war C. Da ist O. Ähm, A, S. Das, das, A, S ist so komisch hell. A, S, A, S. Haben wir das hier irgendwo? A, S. Ähm, dann A, L. Hat man auch irgendwo. A, L? Aluminium. Ja, ich suche es gerade bei uns hier. A, S. Da willst du mich verarschen, kein A, L? Vor allem ein Fach von mir heißt A, L. Doch, da haben wir A, L. Ähm, und A, U. A, U, A, U. Haben wir dort, ja. So. Machen wir das ganz einfach und zwar so und so. Sauge raus die Scheiße. Alles ruhig. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Cassie ist weg. Ist doch sonst langweilig. Cassie ist weg. Ich wollte immer mal wissen, wie das ist, so eine Frau zu sein. Muss ich nicht verantworten. Ähm, wo findet man Dallikanium? Gesundheit bitte, was? Ah, Melvin hat die hingepullert. Na egal. Au. Jetzt habe ich Kaktus eingesammelt. Pfff. Pfff. Schon, Mann. Heute hast du es aber mit Fauchen. Das mobbt mich alles. Ich. Äh, so. Erstmal da rein. Dann. So, aber dann erstmal wieder weg, ne. Für. Okay. Okay. Bis dann. Huch. Haben wir hier irgendwo ein Referen... Warte, wie heißt das? Muss ich kurz nachgucken. Ein Raffinerie. Ein Raffinerie. Oder ein Gas... Äh, Liquifer. Eine Raffinerie? Also, zum, äh, auffüllendes Tier 1 Booster. Äh, du brauchst hier die Dingser, die Kanister noch. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Fuel-Kanister drinnen. Der ist voll. Mann, das kann doch... Frag mich aber nicht, wie man die anderen voll kriegt. Ah, hier sind noch, äh, zwei Fuel-Kanister. Ach so, okay. Ena ist... Bei eben ist noch ein bisschen was drin, äh, den wirfst du mal wieder her. Ich weiß halt auch nie, wie man die wirklich voll kriegt, ohne irgendwo hinzufliegen und zurückzukommen und ja, so ganz komisch halt. Okay. Shit, jetzt landet er das alles hier ein. So. Heavy-Duty-Plate. Äh, sag bloß, dass es voll... Nee. So. Musica. Danke, geein' auf jeden Fall. Oh... fame. So, ähm... Hä? Mann, wer macht denn sowas? Wieso ist hier Cobblestone drinnen, wenn hier Cobblestone ist? Hey! Soll ich das alles ein? Warum machst du das nicht gleich? Okay, okay. Kann Tyrox bitte wiederkommen? Sööööööö... Rockstar, dance until I drop My life is so fun If my home is the club My state is the dance Your body never... Rips